Sie wollte es zuerst mit einem Zwischenschwung probieren, dann ging es aber nicht nach der Pause, es gibt natürlich einen Punktabzug. Ja, jetzt ist es gut, jetzt hat sie es sauber gefangen. Freyfeld zum Handstand, Hellgriff verhalten, schwieriger Wechsel hier an den unteren Holmen. Durchbücken, wieder im Hellgriff verhalten, ganze Dreieck, Hellgriff, und jetzt Temporisen, Ausgang. Ja, und die kennt nichts, die macht ihren schwierigen Ausgang, doppelt Salto gestreckt mit ganzen Dreieck. Also Dos Santos schadet natürlich mit dem Fehler, ganz am Anfang der Übung, die Zwischenschwünge und dann sogar noch der Sturz. Der Rest flüssig tut und eben, wie ich gesagt habe, technisch schafft sie einfach sehr gut. Und nicht nur an dem Gerät, sie ist eine komplette Mehrkämpferin und von ihr wird man in den nächsten Jahren definitiv noch viel hören. Und wir sehen sie hoffentlich nicht zum letzten Mal am Swiss Cup. Wir sehen sie hier zum ersten Mal und wir sehen auch, dass die wenig routinierten Athletinnen ein bisschen zu kämpfen sind. Tschüss Brokow